So jetzt müsste Boise und fertig sein. Aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. Ein bisschen Schalott wiegt, aber das ist jetzt gerade ein bisschen Schalott. Oh, es ist ein bisschen Schalott. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, ich habe einen neuen Follower, danke fürs Folgen, Baby, wir werden mehr, 41 schon, absolut geil. Merci, Licole, danke fürs Folgen, danke, 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 ich hoffe, du bist richtig hier auf Dauer. Kamera ist scharf, hoffe ich, Kamera, alle raus, warte mal, jetzt sind sie gleich erst mal die Lautstärke ein bisschen unterstellen, Latenz, CPU, GPU, ach, man, erst mal die Haare waschen morgen oder so, ja, wir sind irgendwo, da, 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 da Mal gucken. Aber immer noch die gleiche Map. Wie ich das... Option. Audio. So. Runter. Zurück. Wieder lauter machen. Battle Royale. Rebels. Fortuns. Drei, vier. Drei, vier. Ach. Ist das ein Stück. Muss wirklich auf die Toilette. Lalalala. 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 Warten auf Einsatz. Zeit sich bereit zu machen. Bisschen schlauer. Bisschen, bisschen. Bisschen zu laut. Bisschen. 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 Was ist das denn? Oh, ehrlich? Schau, ich habe mich. Meine Haare gehen mir auf ein Nerf an. Hat der überhaupt einen Hals schon auf? ist das ne neue map? ja ist ne neue map find ich gut die andere war auch schon echt abgeglutscht schnell raus hier kleiner witziger Wollen wir mal die Beflanzung? Ja! Beide landen im Einsatzgewicht. Gleichverstoß! Was? Verstehende! Verstehende! Geist wieder ein! Mach das raus! Warum habe ich hier so eine Lecks? Das kann meistens nicht normal sein, entweder hat man wenig Frames, aber so Lecks weist irgendwie auf eine Störung hin. Normalerweise. Ist nicht normal, so eine Frame Drops. Muss irgendwas, vielleicht ein störendes Programm laufen oder so im Hintergrund noch? Liegt das an Google Chrome? Mal gucken. Ich habe Chrome zugemacht. Hm? Aktivität. Hm. Läuft es jetzt? Jetzt läuft es? Nein. Aber grafisch sieht das sehr gut aus. Was soll sie uns hier bieten? Für lau. Für lau gibt es sonst nur noch an wie Tournament so gut Grafik. Und ich würde sagen Warface ist auch noch ganz okay. Was ist das? Läuft es, ey. Boah. Ey. Effekt-Lotsstärke vielleicht mal ein bisschen unterstellen oder so. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe jetzt dynamische Schattenauflösung runtergestellt Ach, scheiße, mir gefällt Battlefield aber trotzdem immer noch besser eigentlich Ein Trabant Aber auf den Battlefield-Turvern ist echt Schmutz, was da abgeht, das Spiel ist sehr gut und so Aber dort wird gescheatet und weiß ich was, scheiße gespielt Total verkommener Spiel Und jetzt habe ich dann noch diese Legs Das liegt echt an der Grafik Aber ist schon nicht schlecht, dass ich Zu guter Qualität Stream liefern kann Auch die Videos nachher Also im Stream selber und die Videos, die gespeichert werden Und trotzdem auch das Spiel so flüssig laufen lassen kann Das macht mich schon ein bisschen glücklich Solche Qualität zu haben Wenn ich jetzt noch eine 3070 oder 3080 hätte, dann könnte man alles Die ganzen neuen Spiele Immer in 60 Frames spielen Flüssig In höchster Auflösung GTA 5 So was hier Ist das bei euch auch so, dass ihr manchmal, wenn ihr beim Mausbewegen, beim Shooter spielen habt Irgendwas im Weg, liegt manchmal auf dem Schreibtisch und dass jeder gegenstoßt und dass das übelst nervt Aber irgendwas, ich muss irgendwas Musikgrafik noch Ich hatte eigentlich letztens schon mal ein bisschen was runtergestellt Aber irgendwie ist das immer noch nicht Vielleicht liegt es an Update oder so Textwurflösung lasse ich auf jeden Fall Artikel Qualität Vielleicht ein bisschen Einschusslöcher in Sprays Tessillation Auf jeden Fall ausmachen Das brauche ich auf keinen Fall Dieses Tessillation Das scheint echt anspruchsvoll zu sein Grafisch Sehr viel Frisst sehr viel Grafik Oder liegt es an der CPU GPU 72 CPU Weiß nicht was das bedeutet in dieser Zeit 14 Menisikungen Also die GPU ist nicht 100% ausgelastet Aber die CPU kann auch nicht 100% ausgelastet sein Ich habe 8 Kerne Und 16 Threads Ja ist richtig Warte mal ich Mal schnell gucken Da gibt es auch noch so ein Tool Von Xbox oder so CPU Die ist auch nicht zu 100% Warte mal Altus Z Spänefilter Auf Leistung Autotief Leistungsüberwachung Wer hustet denn da so hässlich CPU CPU Auch nicht ausgelastet Kann ja auch nicht sein Oder Jetzt ist die GPU Nutzung Auf jeden Fall Schon ziemlich hoch CPU nicht Nicht ganz ausgelastet Leistungsoreal plus Air Sehr gut CPU Nutzung und GPU Nutzung Einwandfrei Genauso Brauch ich das Ach ja Wer hustet denn da Alter Ach nee Das ist anstrengend Das ist anstrengend Ich weiß es nicht genau Warte mal Ich guck nochmal Alles schließen Was nicht nötig ist Beenden Das zu machen Steam kann ich auch schließen Eigentlich Wenn es geht OBS muss laufen Genauso wie der Hahn Der muss auch laufen Aber es kann auch sein Wieso leckt das jetzt so Es kann auch sein Bei CPU Nutzung Das da manchmal Weiß ich 40-50% Besteht Aber trotzdem ist die Komplett ausgelastet Weil einzelne Kerne Komplett Manchmal Komplett Ausgelastet sind Aber insgesamt Auf alle Kerne gesehen Nur 50-60% Sind Dann heißt es Dass die GPU CPU Taktfrequenz Der Kerne Zu niedrig ist Die Leistung Der einzelnen Kernen Einfach zu niedrig ist Da kannst du 100 Kerne haben Und die CPU Wird trotzdem Überfordert sein Das nervt Die CPU Ist vollkommen Teilweise Manchmal Bis an die Grenze Scheiße Ich hab die Knarre Nicht Aufgenommen Gerade Ey da Ey manchmal Können die hier Gar nichts Alter Kommer jetzt Hier läuft Der hat Irgendwie Liegt das Vielleicht Sogar An der Festplatte Oder am Arbeitsspeicher Ne Da müsste Der Arbeitsspeicher Kaputt Sein Natürlich Ist es besser Wenn die Einzelnen Timings Im Arbeitsspeicher Immer besser Sind Oder Die Ich kann zum Glück Hier nicht sprechen Im Spiel Der Arbeitsspeicher Hat ja auch In zwei Letta In vier In two Lettas End Sv Tja Sv Sv Tja Sv Tja Sv 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 Tja Sv Tja Sv Tja Tja Sv Tja 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 Att Sie Tja Heute noch mal aufzugehen. Bums. Ja, die Gipfel ist überlastet. Ich muss irgendwas. Ja, ja, ja. Das macht mir keinen Spaß so. Ich weiß nicht warum das so leckt. Dennoch ein bisschen CSQ zocken. Das Spiel hat nämlich irgendwelche Probleme. Dennoch habe ich... ... 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